recht herzlich willkommen zur 22 folge von stellares ja wir haben letztes mal ihren forscher nicht eingestellt ich habe da geguckt und nicht zugeordnet oder nicht eingestellt ist die frage ich glaube wir haben irgendwas falsch gemacht wir haben hier rekrutieren gedrückt der zoom geht das stellt sich gerade in dem hintergrund fest aber noch nicht ja jetzt haben wir hier zwei forscher wie ist das diese astra die ist da drauf oder da oben stehen sie mit verfügbar sind es denn jetzt forscher dass die frage wird wohl so sein gehe ich von aus was falsch gemacht wir müssen einmal in die spieloptionen noch ein wir haben mal wieder vergessen den herrn den sabbel zu verbieten das würde sich nicht so doll an so macht er hier nichts dass das forschungsschiff ist die frage hat man das dem denn da so gesagt macht aber was system erkunden macht es jetzt auch passt also da war noch was zu tun dann hatten wir noch das andere forschungsschiff nach hier oben irgendwo geschickt neutrale flotte forschungsschiff von jemand anders das müsste ich das zweite folge aber das kann man auch wenn hier sehen die fliegen jetzt da hoch alles klar die anderen sind beschäftigt glaube ich ja sieht gut aus die haben nichts zu tun die sind da unten und die sind da oben dann müssten wir eigentlich die erstmal darunter holen und gucken was hier so los ist oder können wir dann immer rein fliegen und gucken können wir nach dass der pirat mit seiner basis oder ja gucken wir trotzdem vorbei und sehen wir mehr die müssen dann ankommen wir mal laufen lassen eine piraten station wird das sein hier oben oder was negative bilanz okay da ist unser schiff die mit 403 und 21 sind natürlich ziemlich happy haben wir die aneinander auch geschickt wenn ich jetzt einmal überlegen zweite flotte kommt auch an hungertod da kann ich jetzt nicht ändern auch interessant das war mir schon klar eine garantie widerrufen jetzt müssen wir am zweiten warten also die sind ja unterwegs wie stark sind die denn das kolonieschiff näher und die fliegen wohin das ist die 3rd strike force ok dann müssen wir mal gucken wo die die sind da und die 271 das waren 400 noch was das reicht dann sowieso nicht und ich weiß auch gar nicht was die hier machen wo fliegen die hin gute frage weiß auch keiner eine anomalie können wir erforschen dann können wir nur hier weiter gucken ins system ist mama das war es nicht das ist es kolonieschiff konstruktionsschiff ja was machen wir hier noch da geht noch was observatorium observatorium ja warum wir das mal aus also dass das kolonieschiff ja schön können wir noch ein paar dinge ins bauern an das geht tatsächlich nicht voran was ist das dass der anomalie die soll entforscht werden ach so das system ist schon erkundet alles klar die stehen jetzt hier rum interessant ja schön so die haben da unten so ein bisschen was geguckt normal die noch mehr genug system erkunden lassen wir dahin fliegen dann sind wir erstmal durch die sind da 295 ja da ist viel los ne die sind da auch schon vor ort nein ne so die sollen dahin fliegen ne da ist irgendwo ein system erkundet da kommen die jetzt rein aber sie sind zu wenig was willst du gegen die machen ne wir müssen dann aufrüsten noch weiter ne bauvorhaben abgeschlossen dann sehe ich jetzt nicht so dass es hier abgeschlossen ist was denn dann naja das ist hier eine laser pateaus modul ok na das hilft mir jetzt hier auch nicht weiter oh jetzt habe ich den auch die korvette rausgenommen kommt zack wir bauen neue korvetten system erkundet das nächste forschungsschiff dann dann fliegt um wir dahin ok ich glaube die entfernen sich dann wieder weil sie da nicht lang fliegen können oder ausweich eine feindflotte haben wir jetzt zweimal ist klar super oder na toll noch jetzt fliegen darüber ne fliegen sie oder fliegen sie nicht sind wir jetzt auch nicht so wirklich ne wo ist das konstruktionsschiff denn jetzt da oben können wir noch was bauen glaube nicht ne ausweich eine flotte hat sich auch erledigt oh man so dann ne lass die ja dahin fliegen aus dem posten bauen was wollen wir sonst machen da kann man nichts machen ja komm dann fliegt immer dahin und meine forschungsstation da ist irgendwo wer verstorben handelsangebot sternkarte komm dann tauschen aus ist er hier verstorben jetzt bin ich aufgepasst ne wo der hier fehlt ja da fehlt er doch schon ne oder ja ne das war jetzt wohl verkehrt ne konstruktionsschiff haben die konstruktionsschiffe denn überhaupt jemand drauf nein ne so sieht's aus was forschung hier forschung da wer ist denn bitteschön verstorben dann ne ne dann wohl doch nicht korvetten werden immer noch gebaut und wir müssen gucken dass wir jetzt gucken wo wir hier unten hin wollten so die forschen da die haben auch noch genug zu tun wunderbar das konstruktionsschiff ist hier ist auch beschäftigt auch gut das zweite forschungsschiff hat nichts zu tun ne das hat nichts zu tun wir wollten eigentlich hier irgendwo hin haben wir auch nicht geschafft ne naja ok auch nicht so wild ne fliegen die ja jetzt alle hier ne oder 320 haben wir schon aber die wollen auch nicht aber das wird sich dann gleich ändern wenn wir dann in der nähe sind ne so neue forschung brauchen wir da giftiger seetank können wir entfernen wohnheitlicher einfluss koloniale zentralisierung adaptive bürokratie die anführen die mit plus 2 anführen ne ich glaube wir nehmen das passt gut flotte wird immer stärker das ist auch schön irgendwo ist schon wieder jemand verstorben oder wird das forschungsschiff das war der anführer den wir hatten die dame muss noch viel lernen aber ist halt so auf form abgeschlossen warte mal war er schon erledigt oder was na aus aus posten ja da gibt es eine orbital station ja ja dann war mal da ich weiß jetzt auch nicht ob hier alles erforscht ist handelsangebot machen wir kann weg technologie erforscht neue forschung ist das mittlere komplex computer ok jetzt ist das aus schön schön für ihn genau das ist das top antwort so speicherkapazität energie credits müssen wir erhöhen dann brauchen wir gar nicht darüber reden das ist die nächste forschung dann gut ok aber für die folge soll es erstmal reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss für die oder hier on diese auch die